Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Filofax-Dekorationsvideo. Und zwar kam letzte Woche keins und ich schäme mich dafür. Es tut mir unglaublich leid. Ich habe auch keine gute Entschuldigung dafür. Ich habe es einfach schlicht und weg vergessen. Ja, tut mir wirklich leid, aber dafür gibt es jetzt heute wieder eins. Ich werde heute etwas von diesen Washi-Tapes hier verwenden. Das sind die, die mir die liebe Marie zukommen hat lassen. Und zwar werde ich zum einen die Noten verwenden und zum anderen das Schwarz. Und wir fangen einfach an und wie immer gibt es jetzt Musik für euch. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ansonsten finde ich die Washi-Tapes total schön. Guckt mal, das ist so ein bisschen wie Asphalt. Finde ich ganz cool. Ja, diese Dinge sind ja auch von Hema und die beiden eben von der Marie. Das heißt, ich brauche euch das auch gar nicht in die Infobox schreiben. Die Stifte sind wie immer die von Pilot Friction bis auf den einen grünen, den ich verwendet habe. Das ist dieser hier. Den habe ich von der C&M geschenkt bekommen. Der ist von Labanda, Jordi, Labanda oder andersrum. Weiß ich jetzt nicht. Ja, den habe ich eben hier oben verwendet. Ja, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt recht unspektakulär heute war. Aber ja, das war's. Und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis bald. Tschüss.